Der niederländische Fußballverband KNVB wird am Rande des Nations League-Spiels gegen Deutschland die langjährigen Nationalspieler Raphael van der Vaart und Dirk Kölk verabschieden. Das gab der Verband am Freitag bekannt. Das Duell am dritten Spieltag wird am 13. Oktober in der Johan-Kreuf-Arena in Amsterdam stattfinden. Der ehemalige HSV-Profi van der Vaart trug in insgesamt 109 Einsätzen das Trikot der Oranje. Feldfeld-Notstar Kölk 104 Mal Am Donnerstag hatte der ehemalige Mittelfeldregisseur Wesley Snyder beim Freundschaftsspiel gegen Peru 2 zu 1 als Rekord-Nationalspieler mit 134 Spielen seine Oranje-Karriere beendet. Nach Spielende hatte der Verband Snyder als Dank zum Bons-Ritter ernannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017